Die rechten Parteien in Europa haben einen gemeinsamen Feind, die Einwanderung. In ihren Wahlkämpfen warnen sie vor einer angeblich drohenden Invasion. Der Anführer der Lega, Italiens Innenminister Matteo Salvini etwa, behauptet, es gebe einen Plan, die europäische Bevölkerung zu verdrängen und durch Afrikaner und Muslime zu ersetzen, eine Verschwörungstheorie. Diese findet man auch in Äußerungen vieler anderer rechter Politiker. Sie alle versprechen, die Außengrenzen der EU weiter aufzurüsten. Was aber soll mit den Asylsuchenden passieren, die trotzdem kommen? In dieser Frage gibt es keine Einigkeit. In der EU müssen Flüchtlinge normalerweise von dem Land aufgenommen werden, über das sie einreisen. Das regelt die sogenannte Dublin-Verordnung. Sie belastet vor allem die Länder an den Außengrenzen, wie Griechenland, Malta oder Italien, die sich um fast alle Flüchtlinge allein kümmern müssen. Diese Länder wollen die Dublin-Regelung deshalb seit langem abschaffen. Stattdessen sollen alle EU-Mitglieder gemeinsam die Lasten teilen. Flüchtlinge sollen unter allen Staaten verteilt werden. Das würde Länder an den Außengrenzen entlasten. Die Reform des Dublin-Systems ist eine wichtige Forderung, zum Beispiel der Lega in Italien. Für die Länder im Inneren der EU aber ist die Dublin-Verordnung von großem Vorteil. Denn dank ihr können sie viele Flüchtlinge wieder in Länder an den Außengrenzen, wie Italien, abschieben. Deutschland zum Beispiel, das keine Außengrenzen hat, wollte das Dublin-System deshalb lange Zeit unbedingt behalten. Die PiS von Jaroslaw Kaczynski in Polen zum Beispiel hingegen lehnt jedes Quotensystem für die Umverteilung von Asylwerbern innerhalb der EU ab. 2015 hat die EU beschlossen, einmalig 160.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland in andere Länder umzusiedeln. Auch Polen sollte einige Tausend von ihnen aufnehmen. Doch Polen weigerte sich. Auch die AfD in Deutschland will alle Grenzen sofort schließen und eine von ihr sogenannte Minuseinwanderung. Sie will keine gemeinsame EU-Asylpolitik, sondern nationale Souveränität in Migrationsfragen. Genau wie die FPÖ und viele andere rechte Parteien. Brüssel soll keine Umsiedlung von Asylwerbern innerhalb der Europäischen Union durchführen dürfen. Die rechten Regierungen der Slowakei und Ungarns haben sogar gegen die einmalige Umsiedlung der Flüchtlinge aus dem Jahr 2015 beim Europäischen Gerichtshof geklagt. Zwar haben sie die Klage verloren, aber trotzdem keine Flüchtlinge aufgenommen. Sie alle sind also gegen eine Reform des Dublin-Systems, die vor allem Italien fordert. 2017 und 2018 haben das EU-Parlament und die EU-Kommission versucht, eine solche Reform zu beschließen. Doch ausgerechnet die italienische Lega lehnte dies ab. Das neue System von Umverteilungsquoten ging ihr nicht weit genug. Das neue System von Umverteilungsquoten Ein Bildungsquoten